Welcome back to MeepleCars. Kai heute alleine am Start. Machen wir also ein bisschen TCG, denn wenn das Video heute kommt, sind wir nicht im Hause. Wir sind heute unterwegs auf der BrettspielCon in Berlin und informieren uns so über die neuesten Brettspiele, die so im nächsten Halbjahr oder im nächsten Jahr erscheinen. Außerdem TCG ist auch ein bisschen da, meistens mit Locana und vielleicht Alterade von Asmodi. Wir werden es sehen. Und wir haben uns aber, weil die Woche war beim Marktkauf im Angebot, nochmal Booster Bundle geholt von Aldeas Schicksal. Wir jagen weiterhin viele Shinies. Da fehlen uns noch ein paar. Mew, die Altart fehlt uns auch noch. Also Glurak haben wir, aber wir würden natürlich gerne Mew noch ziehen. Glurak haben wir ihn jetzt, ich glaube, dreimal gezogen, aber als Altart wollte er noch nicht kommen. Deswegen so ein bisschen Überbrückung. Liebe der Sagen steht vor der Tür. Locana steht vor der Tür. Ich verlinke euch auch nochmal oben das Video zum neuesten Star Wars Set, Schatten der Galaxis. Haben wir das zweite Display sozusagen geöffnet. Könnt ihr mal gerne reinschauen, wie ihr das findet. Oder wir verraten euch auch, wie wir das zweite Set finden. Das erste hat uns ja nicht wirklich überzeugt. So. Und wir haben noch eine kleine Besonderheit heute. Ich habe mir, wir haben jetzt eine schöne kleine Waage. Und ich würde mal gerne bei Paldeas Schicksal ein bisschen auswiegen. Kann man die Shinies vorher auswiegen oder nicht? Oder Hits? Soll ja angeblich seit Maskerade im Zwielicht nicht mehr möglich sein. Werden wir auch nochmal testen. Aber ich möchte es auch mal gerne bei Paldeas Schicksal natürlich sehen. Ob da, wie gesagt, die Shiny-Karten deutlich schwerer sind oder die anderen Hits. Wir schauen mal einfach. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten Box einfach mal an. Und dann gucken wir mal, dass wir die aufkriegen. Wie gesagt, ich finde die Boxen eigentlich, die Booster-Bande immer sehr schön. Die kann man schön aufheben. Wir packen da die doppelten Karten meistens rein. Oder sortieren da irgendwas drin. Ich werde wieder sechs Booster. Ich packe mal andersrum. Aufgeblähten, ein bisschen Luft drin. Also mal gucken, wie schwer die sind. So, also wieder, da haben wir. Mal gucken. Pikachus habe ich meistens nicht so oft. Ich habe einen Pikachu. Das machen wir ganz nach hinten. Soll Glück bringen. Aber wieder viel Luft drin. Und dann schauen wir mal. Ich schalte mal die Waage hier ein. Das ist ja super. Können wir mal natürlich tarieren. Und dann nehmen wir mal das erste Booster. Was wiegt denn das? Schönes. 207... Habe ich auch einen Stift hier? Ich habe mir einen Zettel natürlich hingelegt. 227,1 fürs erste Pack. Und dann schauen wir mal, ob das ein Hit ist oder nicht. Wäre mal interessant. Wie gesagt, ich würde es schöner finden, wenn sie nicht ausbiegbar mehr sind. Weil das würde es ja ehrlicher machen. Wie gesagt, man traut natürlich den Läden und allem. Aber man weiß ja nie, wenn jemand einen Kartenladen hat, was packt er rein, was will er machen. Wie gesagt, die Codes gibt es natürlich auch wieder alle für euch. So, und dann wollen wir mal schauen, was das erste Pack sagt. Also Feuer ist schon mal am Start. Das ist doch schon mal was Gutes. Ein guter Mankey. Ein Owei. Ein Felino. Ein Swips. Oder die Swips. Nespal. Ein Backel. Kriegt eine schöne Karte im Stellar Miracle Set. Müsste das sein. Neemilias Rucksack. Black Noir in Reverse. Ein Knaborn in Reverse. Und Epitaph in Holo. So, also erste Booster, kein Hit. Mal gucken, ob wir auch die Sleeves hier rauskriegen. Kriegen wir auch raus. Wir sind wie immer voll versorgt. Also 227 ist nix. Nummer eins. Wir schauen mal ins zweite Booster. Da haben wir 227,3. Mal gucken. Das ist ein Tick schwerer. Ob das schon sagt, dass da eher ein Hit drin ist. Oder ein kleiner Hit. Kann ja auch eine EX-Karte sein. Oder etwas anderes. Oder etwas wiegt wie viel. Ich vermute mal, es können ja auch zwei Hits drin sein. Also wenn zum Beispiel Shiny und ein weiterer Hit drin wäre, müsste es ja eigentlich deutlich schwerer sein. Gut für euch. Wir haben mit Feuer angefangen. Mal gucken. Doppelfeuer. Wir bleiben bei Feuer. Rospino. Loptopus. Tentegra. Rassler. Und wieder Neemilias Rucksack. Kaokto. Technische Maschine Kreisenhieb. Ein Fercouli in Reverse. Forschung des Professors in Reverse. Und ein Richter in Full Art. Also die 0,2 Gramm. Waren im Moment sozusagen der Hit. Haben wir leider schon. Aber doppelter. Kann man gut zum Tauschen nehmen. Für weitere Sets. Weitere Sachen, die empfehlen. Ich mache mir mal ein Kreuz hier. Dass das ein Hit war. So. Warte auf 0. Warte auf 0. Mal gucken. Das nächste ist 227,5. Na mal gucken. Also. Ist ja noch schwerer. Wir schauen mal. Ob vielleicht wieder die Shinies zum Beispiel. Mehr wiegen noch. Der erste Hit. Also die Boosterbande sind meistens ganz gut. 1, 2 Hits hat man meistens auf jeden Fall drin. Bei Nebel der Sagen gibt es ja auch kein Display. Da gibt es auch wieder nur die Boosterbande. Erst Stellar Miracle hat wieder ein Display. Weil es ein richtiges Set ist. Jetzt kommt erstmal ein Special Set. Wir gehen weiter mit Wasser. Paldea Schüler. Marakamba. Kamau. Panzer. Sonnenpfann. Mondscheinhügel. Landtouren. Ein Hefel in Reverse. Paldea Schüler in Reverse. Und. Ein Mopex. Also kein Hit. Schwereres Pack. Aber kein Hit. Also geht das vielleicht doch nicht mehr auszuwiegen. Aber wie gesagt. Wir müssen da ein paar mehr ziehen. Um das natürlich zu veranschaulichen. So. 227,8. Wie gesagt. Angeblich sollen die Code-Karten den Ausgleich bringen. Dass die schwerer oder leichter sind. Sodass man es nicht mehr kann. Wie gesagt. Wäre schön. Wenn sie nicht auswiegbar sind. Ist vor allem bei älteren Sets halt schade. Wäre vielleicht sich wieder viel mit dem Thema beschäftigt. Bei älteren Vintage-Karten. Gehen natürlich die Booster. Die Light Booster. Immer deutlich leichter. Also preiswerter weg. Sind dann eher halt. Für was anderes. Dann haben wir jetzt. Eine Pflanzen. Also die Starter sind komplett. Feuer. Wasser. Und Pflanze. Und Pflanze. Baumwoll. Sonderbonbon. Natu. Emilia. Borladin. Fragunz. Ein gutes Gänger. Haben wir jetzt auch endlich gezogen. Als EX. Also mein Sohn wieder. Ich natürlich nicht. Baumwoll in Reverse. Oh. Hallopeno. Shiny. Schöne Karte. Hatten wir glaube ich nicht mehr. Und ein Terra-X. Also Double-Hit sogar. Ich mache mal ein Doppelkreuz. Dass das sogar zwei Hits sind. War jetzt das schwerste Pack. Und zwei Hits. Also ja. Wir wissen nicht. Kann man das herausfinden oder nicht. Aber wir haben drei Hits sozusagen. Aus drei Boostern. Durch diesen Doppel-Hit jetzt. Die Booster-Bundle. Die gönnen eigentlich immer ganz gut. Gut. So. Kommen wir zum vorletzten. Ne. War schon das vierte Pack sogar. Drei Hits aus vier Packs. Ist okay. Da haben wir 227,4. Also ich würde jetzt normalerweise sagen. Bei dem Gewicht ist nichts drin. Aber. Wir können uns auch irren. Also wie das. Das. Mit dem Richter. Der Poolart. War sogar noch leichter. So. Code für euch. Und bevor wir weitermachen. Nicht vergessen. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Ich verlinke euch auch nochmal. Das Top-Video unseres ersten Halbjahres. Also da sind alle TCGs und Boardgames drin. Die wir gut fanden im ersten Halbjahr. Oder sehr gut fanden. Und da wir ja die 500 Abonnenten mit eurer Hilfe schon geschafft haben. Haben wir da gesagt. Wir machen ein großes Giveaway in diesem Video. Mit TCG Produkten. Mit Brettspielen. Also schaut mal einfach rein. Könnt ihr schöne Dinge gewinnen. Wir wollen natürlich immer gerne was zurückgeben. Machen wir weiter. Eine Stahl Energie. Ein Dedenne. Ein Glumanda. Natox. Lampi. Pletiamo. Iro Kix. Elphoon. Emilia in Reverse. Lampi in Reverse. Und ein Krimanso. Ein Feuer. Also. Da war nix drin. Ja wie gesagt. Also bis jetzt war das eine Pack. Was der Doppelhit war. Das war sehr sehr schwer. Das hat gepasst. Aber das andere war ein sehr leichtes Pack. Wo der Richter drin war. So Pikachu. Was wiegst du? Oh fast 28. Also 227,9. Ist jetzt das schwerste Pack. Bisher. Ich hätte jetzt bei 128 gesagt. Da ist auf jeden Fall was drin. Aber. Wäre jetzt lustig. Wenn da natürlich. Was heißt lustig. Wir wollen natürlich Hits haben. Aber. Wäre natürlich interessant. Wenn da jetzt nix drin wäre. Würde nämlich bedeuten. Eigentlich. Dass die nicht mehr auswiegbar sind. So. Einmal der Code für euch. Und dann schauen wir mal. Was Pikachu uns zu bieten hat. Eine Unlichtenergie. Ein Mob Tiff. Antimimi. Zurokex. Ein Labras. Enigmara. Bamips. Der gute Shugi. Palim Palim. Normal. In Reverse. Gingai in Reverse. Und. Ein Magbrand. Also auch kein Hit. Beim schwersten Pack. Bisher. Hm. War ja wieder. Drei. Drei Hits. Aus sechs Boostern. Ist okay. Kann man mit Leben. Würde ich sagen. Hälfte. Aber wir haben noch zwei Boxen. Also noch genug. Hacks am Start. Machen wir mal jetzt weiter auf. Hier hat es immer Pikachu drauf meistens. Ich glaube es ist immer Pikachu drauf. Ist halt wieder zum Hinstellen immer ganz schön. So. Die Box kommt weg. Also wieder sechs Booster. Wie gesagt. Ich finde die ganz schön Luft gefüllt. So. Da haben wir. Haben wir dann Pikachu drin. Wir haben zwei Pikachus drin. Die kommen wieder nach hinten. Pikachu bringt Glück. Und dann wiegen wir mal spaßenshalber weiter. Also. Da haben wir die Waage. Und dann haben wir 227,5. Ah. Also. Sieht nicht danach aus. Was ich auswiegen kann. Wenn da jetzt was drin ist. Ist das leichter als die schweren Packs. Ah. Komm. Die lassen sich wenigstens noch die Paldea Schicksale gut öffnen. Nehmen wir mal der Code für euch. So. Und wir fangen. Wir haben Aufwärm mit einer. Unlicht. Machen weiter mit einer Unlicht. Owei. Pedia. Felino. Swips. Black Neul. Glutexo. Den haben wir nur in Shiny. Und das Glurak natürlich. Als Altart. Uns fehlt noch Glumanda als Shiny. Monscheinhügel. War Meeps. Integra in Reverse. Smerb in Reverse. Und schon wieder ein Magbra. Also Unlicht hat zweimal Magbrandt gebracht. Schade. Schade. Er hat uns. Ist genauso wie Raichu haben wir in Shiny. Aber Pikachu nicht. Der fehlt uns auch noch. Und da haben wir. Oh. 228,1. Also damit jetzt das schwerste Pack. Hererashi. Wiegt ein bisschen was. Dann wollen wir auch, dass Hererashi uns was gönnt. So. Eine Codekarte für euch. Dann haben. Oh. Und wir haben Feuer. Wir haben Feuer. Ein EFEM. Pantimimi. Alpolo. EFEM. Ragunz. Lanturn. Den Nestball. Oh. Cleogrel als Shiny. Den haben wir leider glaube ich schon. Aber auch wieder gut zum tauschen. Oh. Pamamo. Double Hit. AR. Können wir da ein Dreifach-Hit draus machen? Ah. Raichu. Also. Leider hat nur zwei. Jetzt aber ein Double Hit. Wieder bei einem ganz schweren Pack. Ah ja ja. Also wenn man die ganz schwer nimmt. Vielleicht. Aber wir hatten ja wie gesagt auch schon schwerer. Ja. Kommst du in den Sleeve rein. Pamamo. Als AR-Karte. In dem Set gab es ja nur drei AR-Karten. Pamamo. Delfinator. Und unser guter Freund. Schlickdry. Den haben wir glaube ich. Elf. Zwölf Mal gezogen. Wir haben ewig auf Pamamo gewartet. Jetzt ist er. Dritte Mal glaube ich da. Also endlich auch er am Start häufiger zum tauschen. So. Und wir haben hier. 227. Komma 6. Na mal schauen was das Gute bringt. Aber Double Hit ist natürlich immer gut. Also das heißt wir können aus dem Booster schon mal. Aus dem Bundle schon mal. Eher positiv wieder raus gehen. Als negativ. Ich sag mal wie das. Die Hälfte an Hits wäre schon immer gut aus so einem Bundle. Und dann schauen wir mal. Wir gehen weiter mit Psycho. Ein Magma. Ein Trassler. Ein Mob Tiff. Ospino. Euterin. Euterin. Emilias Rucksack. Komm kann uns mal richtig jetzt einpacken. A Octo. Alimpa Lim in Reverse. Emilia in Reverse. Und ein Montegio in Polo. Leider leider nix. Leider leider nix. So. Aber die Pikachus gönnen bestimmt gleich. So. Jetzt haben wir erstmal hier. Ein sehr leichtes Pack mit. Komma 4. 27,4. Also 227,4. Schauen was das bringt. Mal gucken. Das kann ja auch nicht immer so krass laufen. Wie mit zum Beispiel. Wo wir. Wo ich die Top Trainer Box aufgemacht habe. Auch das Video verlinke ich euch mal. Da waren wirklich einige Alt-Arts mal dabei. Wir haben eine Stahl-Energie. Natox. Loptopus. Nabon. Fercouli. Technische Maschine. Glutexo. Elektrischer Generator. Heffin Reverse. Klippa. Als Shiny. Also ein Hit mit einem leichten Pack. Mit 227,4. Und ein Mimikma. Klippa. Ah, der fehlt uns ein Shiny glaube ich auch noch. Das ist ein guter Hit für uns. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr denn das Set? Also ich fand jetzt das Shiny-Set echt schön. Weil viele besondere Karten da drin sind. Ja, zum Sammeln natürlich schwierig das Set komplett zu kriegen. Aber viele, viele schöne Shinies. Pikachu. Auch 227. Oh, das war leicht. Pikachu nimmt gerade ab. Nummer 2. Also ein sehr leichtes Pikachu. Ein leichtes Shiny-Pikachu vielleicht. Ah, kommt schon. Na, der will hier nicht. Der da. Da ist was drin. Ich spüre es. Es hält fest. Ah, komm. Los. Jetzt fliegt es fast alles weg. Dann haben wir einmal den Code für euch. Und dann schauen wir mal. Wir haben, oh, eine Pflanzen-Energie. Tentagra. Tentagra. Fast. Labras. Leider auch schon. Aber eine schöne Karte. Wir haben sie auch als Altart. Emilia hat echt schöne Karten in dem Set bekommen. Also zweite Fullart. In jeder Box eine Fullart also schon mal drin gewesen. Ah, muss man mal gleich abhaken. Sehr leichtes Pack. Also ich gehe mal davon aus, auswiegen funktioniert nicht. Was sagt das letzte Pik? Boah, ich dachte wieder einen 228er mal. Aber es hat noch die 9. Das hat noch die 9. Und das letzte 227er, 9 hatte nix. Ich habe hier meine Liste sozusagen. Wo ich einfach ein Kreuz mache, wo ein Hit drin ist. Aber Emilia als Fullart ist eine schöne Karte. So, und wir haben auch schon wieder drei Hits in der Box. Also die Hälfte der Packs war schon wieder Hits. Sehr gut. Ja, beim Marktkauf jetzt zum Angebot bis Samstag für 22 Euro. Bis 22 statt 29 also. Und ich glaube ab Donnerstag ist auch nochmal die Top-Trainer-Box von Maskerade im Zwielicht im Angebot für 39. Also während Marktkauf, früher war es real, bei sich in der Nähe hat, Es gibt im Moment günstige Pokémon-Produkte. Merbe. Idea-Schüler. Nebulak. Palimpalim. Hyperball. Razav. Lewall. Bomboy in Reverse. Idea-Schüler in Reverse. Und Kokowai. Kokowai. Und bevor das Video weitergeht, können wir mit Stolz und Freude unseren ersten Kooperationspartner euch präsentieren. Kartkosmos, der Online-Shop für TCG. Kartkosmos ist noch ein sehr junger Online-Handel für TCGs, aber hat jetzt schon eine große Auswahl an bekannten TCG-Spielen, wie Pokémon in Deutsch, Englisch und Japanisch. Die altbekannten wie Yu-Gi-Oh! und Magic the Gathering, aber auch neuere TCGs wie One Piece und Disney Locana sind schon verfügbar und in Zukunft wird das Sortiment auch weiter wachsen. Doch nicht nur Karten bekommt ihr da. Auch das perfekte Zubehör für eure Karten, egal ob Sleeves und Top-Loader zum Schützen eurer Karten, perfekte Deckboxen für jedes Deck, um sie an Turnieren oder zu Freunden mitzunehmen, oder wunderschöne Kartbeiner, um eure Sammlung schön zu präsentieren. Das alles zu sehr fairen Preisen und einem schnellen Versand. Und das Sortiment wird in Zukunft stetig wachsen. Kartkosmos ist damit der perfekte erste Partner für Meeple Cards im Bereich TCG und ihr als Community sollt natürlich was davon haben. Wir verlinken euch unten den Online-Shop und mit dem Rabattcode MEEPLECards5 spart ihr 5% bei jeder Bestellung. Also schaut doch mal einfach bei Kartkosmos vorbei und lasst uns gemeinsam das TCG-Universum entdecken und neue Freundschaften schließen. Also, jetzt kann es weitergehen. Ab zum Video. Okay, also wir haben wieder, auch in der zweiten Box, drei Hits. Also ich kann ja mal gucken. Jetzt, genau. Also drei Hits, insgesamt sechs. Nee, drei, sechs, sieben. Oh, wo war denn einer mehr drin? Wo war denn, habe ich einen Übersprung? Eieieiei, ich habe einen Übersprung. Wir haben schon sieben Hits. Also dann war in einer Box, die waren zusammen drin, ne? Dann war in der ersten Box vier. Vier und drei. Wäre aufpassen. Aber wir haben noch eine Box. Ein Knaller wäre auch schön. So, mal gucken, ob wir die rauskriegen. Ah, weg damit. Mit dem Müll. Dann tue ich danach immer. Was haben wir denn hier? Wir haben wieder, ihr seht mal zuerst, was da so drin ist. Die hat alle sehr luftgefüllt. Wieder sechs Packs. Drückt die Daumen. Wir haben wieder einen Pikachu. Oh, wieder sogar zwei Pikachus. Die gehen wieder nach hinten. Und wir wiegen natürlich weiter aus. Wir wollen heute mal schauen. Es sieht im Moment, würde ich sagen, danach aus, dass man sie nicht auswiegen kann. 226,9. Das ist ja mega leicht. Da ist ja fast gar nichts drin. Und obwohl da Luft drin ist. Also Luft wiegt ja nicht viel. Aber es kann auch ein paar, paar Grämmchen ausmachen. So. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen die Bar gehen noch weg. Einmal der Code für euch. So. Und dann schauen wir, was wir Schönes haben. Wir haben eine Blitzenergie. Hatten wir noch nicht. Zeichen für Pikachu. Ups. Sonderbonbon. Blumanda. Ne, Melia. Kaokto. Ah, komm her. Technische Maschine. Girlia. Lantun in Reverse. Also zumindest Elektro. Das kann nicht sein. Gardevoir EX als Altart. Die haben wir auch noch nicht. Was für ein Hit. Nurak und Gardevoir jetzt am Start. Uns fehlt jetzt nur noch Mew. Und haben wir da noch ein Hit drin? Oh, und ein Tentegra EX. Also die Altart im aller, aller leichtesten Pack bisher. Das ist ja... Oh, was für eine schöne Karte. Was für eine schöne Karte. Ah, fällt mir schon der Sleeve hier weg. Schon Panik. Panik. Zitter, zitter, zitter. Oh, was für eine schöne Karte. Oh, sieht man das durchs Licht? Nein, hier. Geniale Karte. Ich komm doch mal näher. Die wollt ihr doch sehen. Eieiei, Gardevoir Altart im leichtesten Pack. Also wie gesagt, ich gehe davon aus. Und damit können wir eigentlich jetzt auch sicher gehen. Das Gewicht hat nichts mit dem Pull, also mit der Hitrate zu tun. Wir machen aber weiter. Wir ziehen das jetzt durch. 227,3. Also wieder ein bisschen schwerer. Also wie gesagt, die leichten Packs waren die besseren Packs. Ja, das Leichteste jetzt mit Gardevoir. Wahnsinn. Wieder eine Altart. Wird aus... Insgesamt jetzt 18 Booster, die ich öffne. Ups. Und davon wieder eine Altart. Also im Moment ist auch, das Glück auf dem Kanal liegt nur an euch, weil ihr uns so fleißig unterstützt, abonniert. Wir werden auch weiter Gewinnspiele machen. Und auch bei TCGs alles, was immer meistens so doppelt ist, verlose ich heute mal nicht, weil wir auch unterwegs sind. Das wird dann ziemlich kritisch und wir das große Gewinnspiel im Top-Video noch zu laufen haben. Aber zu den neuesten Sets, wie gesagt, vielleicht auch mal, könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, was wir vielleicht an anderen TCGs verlosen. Auch Lokana oder One Piece wollen wir natürlich wieder einstellen. Da bin ich ja im Moment sehr, sehr favorisiert von. Aber wir machen jetzt erstmal hier weiter nach dem Schock von Gardevoir. Wasser, Knarborn, Ruff, Bellino, Blatutu, Bamips, Tugi, Sonnfan, Razaf in Reverse, Apollo in Reverse und ein Montenegro. Also wie gesagt, auch da haben wir jetzt ja wieder schon zwei Hits aus der Box. Das ist also schon ein gutes Plus. Der drei kriegt man eigentlich meistens raus. Also könnt mal gerne schreiben, ob ihr es schlechter hattet. Und besser geht wahrscheinlich immer. So, da haben wir 227,5. Was habt ihr so mal aus den Boosterbanden gesagt? Ich finde die Boosterbande eigentlich von den Hitraten meistens sehr stark. Also da holt man eigentlich immer so ein bisschen was raus. Und wenn die so auch im Angebot sind, kann man da gute Hits für seine Sammlung, für seine Decks. Oder halt, wenn man sie auch verkaufen möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Kampfenergie hatten wir heute noch nicht. Surokex, Tierspinst, Marakamba, Baumboll, Mondscheinhügel, Kamerubt, Bragrunz, Enigmara in Reverse, Delfinator AR, also zwei von drei schon mal. Und, oh, Nimmelia als Full Art. Ja komm, die haben wir jetzt hier doppelt gezogen. Ich würde sagen, die verlosen wir doch mal. Eine Nimmelia Full Art. Was müsst ihr machen? Einfach nur Hashtag Nimmelia in die Kommentare. Und dann machen wir mal eine Woche, würde ich sagen. Und dann verlosen wir die. Könnt ihr die gewinnen? Eine schöne Karte. Ja, Kanal abonnieren. Und Hashtag Nimmelia. Dann kann die Karte euch gehören. Ja, haben wir jetzt doppelt gezogen. Aber es waren wieder zwei Hits. Gleich aufschreiben hier. Es sind schon mal vier Hits in der Box. Ich habe noch drei Booster. Ich lege die gleich zur Seite für die Gewinner. Wenn wir noch was Schönes ziehen, gucke ich mal. Packe ich vielleicht noch eine Kleinigkeit mit rein. So, 227. Also wieder ein sehr leichtes Pack. Leicht, leicht ist doch. Das wäre krass. Aus einem Booster Bundle, weiß ich, zwei Altarts. Aber eine Altart, eine AR, eine Full Art. Starke Box. Die wäre noch nicht schlecht. Dann haben wir doch fast alles mit dabei gehabt. So, da haben wir einmal den Code für euch. Und dann schauen wir mal. Eine Unlicht haben wir hier. Ein Alpollo. Ein Hefel. Ein Padea Schüler. Eine. Pikachu. Glutexo. Gengar. Oh, sind die ersten 151. Okay, Flatty Amo zerstört's. Nathox in Reverse. Elfhuhn in Reverse. Und ein Kokowai, der Freund. Kokowai. Den haben wir, glaube ich, am meisten gezogen in dem Set. 40, 50 Mal, weiß ich nicht. Habe ich schon nicht mehr mitgezählt. Vorletztes Pack. Pikachu nochmal am Start. Mit 227,4. Und dann schauen wir mal. Wir können uns schon wieder mit diesem Opening nicht beschweren. Viele schöne Karten. Die Shinies werden weiter gefüllt. Wie gesagt, das Set würde ich gerne komplett haben. Aber es wird, wird schwierig. Ich bin schon viel am Tauschen bei Tauschbörsen, um die restlichen zu bekommen. Aber ich sage mal, die wertvollen wie Pikachu oder so. Und die will natürlich keiner hergeben. Einmal die Psycho-Energie. Ein Palim Palim. Ein EFEM. D-Denner. Panfi. Generator. Kirokex. Elfhuhn. Ferkule in Reverse. Forschung des Professors in Reverse. Und ein Raichu. Wah, Pikachu, Raichu. Wenn, dann wäre der schön ein Steini gewesen. Haben wir zwar schon, aber den hätte man halt gut tauschen können. Raichu. So. Haben wir Last Pack jetzt. Und das ist ein... 727,1. Also auch ein leichtes Pack. Wir haben vier Hits aus dem Boosterband. Also zwei Boxen mit vier bisher. Und eine Dreier-Hitbox. Also wenn jetzt hier nochmal ein Hit drin ist, hätten wir die stärkste Box genau zum Schluss gehabt. So. Und wir hoffen nochmal, dass wir noch was sehen. Wir wollen nochmal was sehen. Dann schauen wir, was wir haben. Und wir haben Feuer. Wir beginnen mit Feuer. Und wir enden mit Feuer. Magma. Mankey. Natox. Loptopus. Leber. Volterain. Enigmara. Owei in Reverse. Oh, ein Stern-Doo als Shiny noch. Also der fünfte Hit ist auch am Start. Und nochmal eine Shiny. Also die Box war echt stark. Und ein Asuglades nochmal. Aber ein Stern-Doo. Stami haben wir glaube ich. Stern-Doo hatten wir noch nicht. Das heißt, die Entwicklung ist auch vollständig dann. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wenn die doppelt ist. Wahrscheinlich ist sie das. Sind auch immer ein bisschen was wert. Man kann die gut tauschen. Das ist auf jeden Fall immer ein Vorteil, so eine Karte zu ziehen. Ich mache hier nochmal einen Hit. Das heißt, fünf Hits aus der Box. So, aber natürlich. Der Knaller war hier. Oh, ich zeige es euch nochmal so schön, wie ich kann. Die Gardevoir-Karte. Also die war wirklich wunderschön. Freuen wir uns wieder. Eine schöne Altart. Wie gesagt, liegt alles an euch. Ihr unterstützt uns so toll. Ihr guckt die Videos. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir die Watchtime noch ein bisschen mehr nach oben kriegen. Manche merkt man im Skipton so ein bisschen. Aber wie gesagt, wir kennen das nicht anders. Ich verlinke euch mal noch zwei Videos. Einmal ein TCG-Video. Wie gesagt, wir können mal das letzte One Piece. Da war auch eine Knaller-Karte drin. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Da warte ich auch gespannt auf das nächste Set. Und drunter verlinke ich euch noch unser Flop-Video des ersten Halbjahrs. Auch da waren TCG dabei. Und viele Brettspiele. Die halt, wie gesagt, nicht... Was heißt Flop? Sie machen trotzdem Spaß. Aber wandern bei uns auch nicht so häufig auf den Tisch. Vielleicht wie andere. Aber vielleicht ist für euch was dabei. Wir versuchen hier, wie gesagt, in beide Richtungen. Und euch die schönsten Dinge am Spielen zu präsentieren. Dann hoffe ich, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder alle ein. Hier bei Miepe Cards. Ciao!